Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik und ihr könnt euch wieder auf was ganz cooles freuen, nämlich auf den Swim Performance Adventskalender. Da gibt es wieder jeden Tag coole Sachen, coole Preise zu gewinnen und es gibt jeden Tag Specials auf Instagram, Facebook und YouTube. Also vergesst nicht da reinzuschauen und kleiner Tipp, schaut auch bei YouTube in die Story rein. Also ich wünsche euch viel Erfolg, vielleicht könnt ihr ja das ein oder andere Geschenk absagen, und das war's schon, macht mit, bis bald, euer Dominik, ciao, ciao.